Kleiner Vorsprung für die 41 ist denn das möglich. Kleiner Vorsprung für Christian, der in die Rüstung von Böderlehr. Also hoch, die müssen wir hier zum Böderlehr kommen. Jetzt durch die Schwimmkurve und vorne die 41, zweifelsbreit Hülshorst und dann die 18, Paul Cooper und auf Platz 3. Die Führung verteidigt vor Paul Cooper, das sind ca. 20 Meter. Im Moment sieht das so aus, aber, aber, der Paul Cooper kommt. Wir sind am Ende der vierten Runde. Noch 1877 Meter. Paul Cooper sieht nicht, es ist 20 Meter. Der Paul Cooper schiebt sich an den Hülshorst. Hülshorst gibt das doch mal wieder. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Das ist so. Der ist in der Position, aber der Zettel zurück. Der zieht ja am Link. Der zieht ja am Link. Der hat das Griff. Also Wahnsinn. Meter um Meter kommt der Dichter. Beide jetzt über die Rechtsprungabstand, ca. 10 Meter. Christian Hülshorst gibt es in den Hülshorst. Er geht ganz um, weil Cooper kommt ihm langsam, weil er sich auf die Schläge hilft. Wir verfolgen das Finale, aber ich glaube, ich glaube, es reicht nicht für Paul Cooper. Hülshorst ist schon in der Südkurve. Hülshorst ist schon in der Zierkurve. Cooper auf den Ball. Letzter Kumpel. Ah! Ah! Ich glaube, er hat gewonnen. Ich glaube, er hat gewonnen. Wow! Oh, mein Name! Komm aus! Eine Bandelei!